Der Online-Skat ist ganz klar eine Ergänzung zum normalen Skat, weil man jederzeit die Möglichkeit hat, Skat zu spielen. Zu jeder Tages- und Nachtzeit findet man Mitspieler. Wenn man nachts um drei zwei Mitspieler braucht, findet man nicht immer welche. Es gibt schon Betrugsversuche beim Online-Skat, weil man kann natürlich nie genau sagen, hat jetzt einer im Gegenspiel nur einen Fehler gemacht oder hat er dem anderen bewusst irgendwo ein Spiel geschenkt, weil Fehler passieren ständig. Nur wenn es halt gehäuft passiert, dann liegt der Verdacht schon nahe, dass da was getrickt wird.